ja willkommen mein name ist dann über lp und ich begrüße euch zurück zu let's play gigamart 2 final rags ja letzte folge haben wir den unterwelt cup nummer zwei abgeschlossen der zeitbaus kaputt glaube ich ne und dann haben wir noch sechs jahren erledigt section war die wollte eigentlich nicht bringen aber okay und ja ist okay das ist doch nicht agra ball sondern potroy meine güte was wir sieben 30 watt allerdings war noch hier okay weil wir 39 36 ok dann gehen wir da eben level 37 rein ich bin jetzt 39 oder so glaube ich nicht ich habe auf screen wieder ein bisschen die formen gelönt also nur die meisterform eigentlich ein paar gegner habe ich auch noch erledigt in der weisen form und ja aber auch keine erfahrungspunkte level ups oder so bekommen wenn man jetzt auf spiele hat es gesehen hat der weiß vielleicht wie ich das zur hand habe ich tue mal so kurz vor einem level ab hochleveln und ja weil ich will keinen level ab irgendwie ausreden einheim sind und egal wie jetzt nach port royal ende na ja aber kennt das noch ag port royal muss man muss man da noch mal also ja okay ich weiß vielleicht weiß ich weiß wie historie war ja was hat bloß sich an es werden alle zu zombies aber jetzt auch eine silhouette fällt mir ein das kommt vom hafen kommt das sehen wir uns an und wir was natürlich wieder sofort los ist wenn wir ihn nicht hätten wenn du halt und so aufgeschmissen ich meine so und donald so hat und kufi in der reihenfolge immer so habe ich jetzt das ding schon gezeigt ich glaube ja 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 schatten archiv jetzt noch gar wenn wir wissen was macht aber nein ach die ganzen dinge war wird nervig okay aber mittags schon gespielt hier meister form und also aufhören wieder ein hallo besten trotzdem kommt es mir irgendwie so wollte ich eine woche nicht gezockt so in der reihenfolge so blöde ist ich kann ja nicht die weisen form der will aber ich kann die limit form der will mein gott wollte ich noch mal machen dann sind sie alle piraten ja kein ding nicht da nicht diese form verwandelt wo ich sie lieber denn wenn wir auseinandernehmen der form nach haben wir noch jemand meiner kinderspiel wann tut man sich so oft in die form verwandeln habe ich nicht so in erinnerung die raten waren verflucht ich habe der flug setzt als zehken golds wäre vergangenheit was hat das so bedeuten irgendein taugelichs muss sich daran vergriffen haben verstehe wir trauten wir nicht oder ausgesprochen schlafen euch immerhin bin ich ein pirat freunde leser das ist meine stimme das riecht nach ärger der check ich brauche hilfe verwunschenen piraten sind zurück wir wollten herausfinden warum also jetzt zur eilade mutter mir hat das zehken schatz in augenschein zu nehmen ich habe angst etwas passiert ist ihr müsst mich zu ihm bringen das war ja klar wenn er ihn retten wollte dann müsst ihr das schon allein tun miss alleine wirklich jack zu der insel segeln und gegen die verwunschenen piraten angehen er seine ihr seid ein resolutes fraulein auf einen versuch kreis an seit ihr sicher sind schwierigkeiten ist nein sicher bin ich nicht aber er ist schon zu lange fort ich wollte ja mit ihm gehen aber er stand auch dass ich hier bleibe ich kann ja nicht einfach umsetzen und nichts tun ich muss wissen ob es ihm gut geht was für ein glücks pilz bitte jack bringt mich zu ihm captain jack sekunde ich sehe aber kein profit für mich raus springen ich werde euch entlohn andererseits ihr schuldet viel etwas er hat euch einmal das leben gerettet auch wieder war wollen wir ach ja das ok hast du deine abbildlich noch alle an ja ja passt wo schauen wir wohl auch teilen obwohl item us ok dann kann ich jetzt hier an nein gibt's doch nicht also knapp habe ich natürlich auch schon mal gezeigt so einer dem urteil ich glaube in der stadt haben wir schon alles jetzt nur einer der mutter hatte ich wahrscheinlich voll falsch ausspreche ja keine ahnung ich kann kein französisch das ist wahrscheinlich noch nicht mal französisch da komme ich auch dran oder hallo auf dem schiff waren wir noch gar nicht immer auf der einen ein teil da kann ich ja rauf warum kann ich mein warum kann ich nicht angreifen kann ich nicht angreifen dann würde ich noch ein bisschen nach vorne landen da ich mit dir sprechen stand so bereit datum halt fahrt das web zu einer der mutter daher ist direkt der nächste silhouette aber wie soll ich die reinpacken in dem hat wird gern extra part machen nein obwohl und wie gerufen auch wegen der soviel bomben war im schatten glaube ich spinne aber drei fühlt sich auch das ist schon aber nur zwei stück gott oh gott tschüss oh danke aus aus nein 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 da ich bin ich gemacht so alt war das schlägt aber gut hier macht nur apb auch herzlose herzlose mal her seit der gegen feuer ja 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 da ist vom schwersten hoch zu lernen finde ich immer welten abhängig wie viel herz oder auftauchen aber ich kann mit der sie löttern irgendwie verbinden wo in frieden ruhe in stücken will will wake up elizabeth was passiert die medallien und die stöne jemand hat sie genommen will 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 elizabeth Aber ich fühle mich eher... Es ist unser turn, Leute. Ihr solltet ihr bereit sein. Wir haben keine Ahnung, was da ist. Entschuldigung, Leute und Leute, aber dein Kapitän hat heute keine Monsters. Danke. Wir gehen nach Hause. Just like that? Just like that. Ich will ja keine Abenteuer erleben. Ich liebe es, wann das passiert. Ich kann ja nur zwei bekommen haben. Eine Unterhaltung führen über den Sinn des Lebens. Äh... Äh... Ne, lass mal. Aber wenn ich mich im Kampf wieder verwandle, dann komm wieder in die Form. Das ist aber gleich. Hier kommt eine Cutscene. Anscheinend. Ich weiß nicht, dass ich dich nicht erinnere. Ich weiß nicht, dass ich dich erinnere. Team... Und du willst jetzt? Precisely. Ich mein... weil er war der verdammt einfach oder verdammt schwer wird sich sicher ich habe mich jetzt in die limitform verwandeln und es wird nichts passieren was mir dabei in die quere kommt kommt da kommt ja glaub einfach war es auf ja durch die gegend gespuckt gerade naja nicht so zu prügeln jetzt dann meinetwegen ok 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 dass mich auch mal dran sohn halt auf was ist mir los naja ok einfach so okay seitwärts schlitter was war das noch mal ich dachte war für eine luft dieser einhange für gegner nach oben zu steuern ich bin mir sicher ein bescheuert regel ich habe den schlitter mit meinen freundlichen Entschuldigungen ich habe dich sehr empfohlen und für das möchtest du... nur ein paar souvenirs für die Erinnerungen Oh nein! Wir können nicht den Kurs aufhören, wenn wir alle die Medallionen haben wofür hat es doch fast der runde im folge das spieler stehen geblieben allein naja verdammt wisse tot ich weiß es war nachts passiert irgendwie nicht der typ von an stephan raab ich weiß nicht wieso oder irgendeinen anderen weiß nicht prominenten irgendwie so was bekannt genau Oh, Doraid. hätten wir für eine sekunde sympathie zu jack aufgebaut und dann wurde zu mir hat jetzt mal diese tänzer glöckspieler peter par naja in sein effekt soll irgendwie gut sein habe ich habe weil ich das noch nie gecheckt wenn ich genau ich mal nachgucken was kann er kann das jetzt rufen leiste okay da kann ich eigentlich aufzugeben level halt habe ich nicht dann wird noch mal aufwärtschlitzer macht danke oh mein gott jetzt kommen wir ja aus bitte ich glaube der bitte nicht korrekt formel ok hallo wie sagen wir keine ich habe mich einer daneben so ein feiner dachte erst das kann man auch in dingen ja volle bestehende kleben diese kugel aber geht nicht ich glaube ich nicht meine limit von uns laufen ok knochen gerüst wer gerade auf mein gott ist mir jetzt das auffallen hat zum teufel ok ich habe noch schon ein schiffbruch erlitten ich bin jetzt schon wieder auf dem schiff noch mal dort ist doch hier so lange checkt was ist passiert ist ja grauenhaft wenn habe ich das zu verdanken jedenfalls ist der organisation 13 die stecken hinter alldem wo sieht sie wohl hin der mann mit der kaputze hat geraten und seine kreatur mit ihnen ein seltsames loch genommen wir haben aus dem kapitänsquartier gesehen wie sie verschwunden sind sie zu bekämpfen ist euch wohl nicht in den sinn gekommen ich bin kein naher ich wusste dass ich nichts gegen sie ausrichten kann dem ist wohl so so ich denke wir brauchen neue hilfe alles klar wissen zu nicht gebrochen werden die kreatur bleibt unverwundbar wissen grad hahaha es ist schon wieder passiert sehr gut okay wo wir uns schätze noch das war schon genug zeit hier ein bisschen verschwindet aber trotzdem und schon wieder ein bisschen stehen geblieben wo ist das ding nach mehr auch sehr gut unterteilt da noch nie mal in anderen bereichen okay na ja auch teil kommen sehr gut als das gewesen meteor starb ich glaube der ist gut weil sie nicht blitzboot oder feuerbrust blitzboot besser allerdings haben wir noch ein ding zu bekommen ein abheber jetzt mal ab wo ich die lese so meine flasche sagen dafür geräusche um die löse aber es sind die letzten beiden da spaz kämpfe ja wir raten die tun so viel zeit hier fressen noch einer der und blitzboot zeigt sich jetzt schon also das wagen nein nicht rein ja 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 ich glaube die für bin ich mal ich glaube die tun mal nach diesem part mal versuchen dann verbinde ich das so ein bisschen mit form training da rufen nämlich rufen hat man jetzt geflüchtet werden ich ihn zwar schon gleich wie du bist hier jemand noch da hätte er da oder jetzt wieder an den markt war noch mal kommt noch mal ich hatte eigentlich wird bei mir irgendwie aktiviert aber okay wie sie sich so auflösen er hat war hei na habe ich mal an bitte auch die kannst du zwar vorstürzt das war das war ja ich glaube es kommt direkt sowas kampf oder nicht weil sie nicht das war nicht unsere frage jetzt auf einmal mal ist jetzt schon wieder passiert ja also ich sage ich nicht so ein meisterform auf wenn ich habe kurz von gelobt fand royal machen wir alles im nächsten part erst mal machen wir natürlich die silhouette als wir geschaffen dann ein bisschen formler will vielleicht andersrum besser aber egal wir sehen die leute eigentlich mal erst sachen bevor sie passieren sagt er wir sind aufgeschmissen ohne kufi ist nicht aufgeschmissen ohne kufi und wem wenn wir nur sap an idioten wird magie und mit all uns von dem herzlosen zu sammeln ich habe keine magie verabend nein dann welche ich jetzt auch damit ich krieg so was von die krise oh mein gott er trifft mich nicht so lange hat mir ein bisschen auf den ersten und andauernd jetzt machen er kann ich nicht damit hier in angriff geht das schnell runter weil er sich etwas alle eingesagt hier so war meiner 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 ich bin der gleichen zahlen was ich glaube warum kann ich vergessen ich denke wenigstens heute ich bin der weg von dem teil geblockt genau manche ungesiegbar haben wir kein schaden was soll hat ich bin der weg die weisen vorm einsetzen aber und solch die einsätze richtig auflösen kann die bescheuerte logik ich weiß aber war nämlich sowieso wieder in den links vorm ich bin der weg ich bin der weg bei k.o. sehr wohl schlecht letzt das hat seine toten köpfe wieder haben aber hätte jetzt schon angezündet irgendwelche magie angriff oder hat leck sehr gut ich freue mich nicht heilen möchte ich halt verdammt nein das nicht gereicht naja nix war und einmal die sense und einmal die sense werfen da ist bloß nichts da war naja war es traurig ich höre sie mit einem blöden bomb mann wer 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 schlagen will denn 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 du vor du du we du 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 Das ist eine Organisation, die Herzen erzeugt. Erstmal, die Herzen erzeugen die Herzen in verschiedene Worlds. Wir verletzen die Herzen, dann werden sie die Herzen bekommen. Wir werden sie nie stoppen wie das. Was ist der Plan, dann? Wir müssen sie finden, ihre Stronghold, und sie zu Ende. Once und für alle. In diese Wurzeln, habe ich ein paar Worte gehört. Eine andere wie das. Ist es eine Art, die wir helfen können? Hmm. Anything at all. Da ist es. Ja. Und einmal zum Bericht. Wahrscheinlich nie lesen werden, aber es ist gut zu wissen, dass wir welche haben. Okay. 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 Wir müssen uns auf den Hütteln und den Hütteln machen. Wir müssen uns wirkliche Piraten ruinieren. Wir müssen uns wirkliche Piraten. So, das ist warum du nach Port Royal wentst. Und wir wollten, dass du eigentlich wollte, dass alle. Ein Piratier immer versucht zu profitieren, Miss Swan. Sehr gut. Du hattest uns da, und du hattest einen neuen Leif. Die Frage ist, was ist außerhalb des Leifes, Sammy? Oh, oh ja, eine Reaktion. Und was wird es sein? Das herzliche Blad von Sauras. Okay, sicher. Hör auf, das war viel zu einfach. Was ist der Reaktion? Jack Sparrow, schüsselt Schwert. Confirmed. Wo ist das? Ja, er und Sauras sind ein bisschen zusammen, nicht wahr? Sie sind nicht. Ja, mittlerweile hat ja jeder ein Schüsselschwert, also... Soweit herriffen ist das nicht mehr. Sparrow ist der peinste Pirate, der den spanischen Mann hat. Niemand kann das wirklich sagen. Genau. Wir wissen, er ist das beste. Ich hoffe, wir werden ihn wieder sehen. Port Royal, abgeschlossen. Ich will die Welt in Kingdom Hearts 3 wiedersehen. Es gibt genug Filme. Dort haben wir Port Royal, abgeschlossen. Nehme ich an, wir machen als nächstes eine Silhouette. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Aber ich würde sagen, dass wir schon viel zu lange für eine Welt sind. In der nächsten Folge bei Agrabah, nämlich an der Agrabah. 40 und 41 gott ja nichts weil wir ein bisschen die form hochlevel und sie werden meine güte soll hätten machen genau ich bleibe mich alles für zuschauen und sagen tschüss und hoffentlich bis zum nächsten fall